Musik Musik Verteidig den Sprengkopf um jeden Preis. Runde beginnt. Lash, gehst du in den Bus rein? Der ist zu spät. Der Bus ist meine Position. Ja, stell dich noch vor. Da ist er noch. Du bist so ein Held, Alter. Achtung, der kommt. Boah, der kennt sich da rein. Garnate! Garnate! Noch eine? Einer ist oben. Ja, da steht einer. Achtung, der kommt entgegen. Du kannst mich wiederbeleben, glaube ich. Lass mich hin! Lass mich hin! Lass mich hin! Koffen! Lass mich hin. Hinter euch Leute. Ja, ja, ja! Ja, ja, da ist er. Feindliches Team eliminiert. Die Runde geht an uns. Das gleiche noch mal so. Verteidigt den Sprengkopf. Diesmal stehe ich nicht vor dir, Vater. Runde beginnt. Ich fahr doch immer nur den Headshot ab da. Oh, das gibt es echt. Das ist einfach. Fuck. Fuck. Ich weiß nicht, wenn ich mir die Pinks schon wieder angucke, ne? Mein Gott. Oh, ja. Barsch ist tot. Ist da einer bei mir, oder? Hol mich mal wieder, Prof. Deck ihn mal. Besten Weg. Danke. Good boy. Oben ist einer. Kannst du ihn mal wieder holen, Prof. Äh, nein. Tarschenberg drehst. Bei grünen Gang. Geh hin. Oh, Mann. Jetzt kann ich mich nochmal holen, dann. Sprengkopf gesichert. Melf bleibt da, die kommt durch die Röhre. Ja. Nein, weil mir läuft keiner durch die Röhre. Noch nicht. Wir laufen auch nicht durch die Röhre. Nee, links. Unten. Hinter dir. Warte, kommt oben, glaub ich. Sind noch zwei. Hinter dir. Hinter dir. Ja, kommt da. Off end. Treff ihn. Nein. Sprengkopf gesichert. Wir haben die Runde verloren. Aber wie ich die anderen bekommen hab. Verteidig den Sprengkopf. Runde beginnt. Ich geh gar raschen. Einer. Einer ist Sniperposi. Einer. Messie. Achten, da kommt einer. Ja, hab den gesehen. Auf, pass auf. Achten, der... Ah! Medicapt mich. Der geht retzend bei den Rohren. Beim Sandkasten. Geht entdeckend. Der andere ist ins Hausheim. Boah, der wollte Messern. Natur. Super. Hinten, unten. Alter. Du Schockse. Das muss man gleich. Da, wo wir... Weißliches Team eliminiert. Die Runde geht an uns. Die Runde geht an uns. Verteidigt den Sprengkopf um jeden Preis. Hört euch. Hört bitte auf euch, um irgendwelche Pilze zu streiten. Hört euch. Witzwitzig. Witzwitzig. Ich werde die Pasti wieder abgeknallt. Gleich ist er tot. Ach so, kommt diese... Zwei waren im grünen. Achtung, da ist noch einer. Zwei Stück. Zwei. Oh, ich bin wie alleine. Ein Medic noch. Wo sind die? Mission erfolgreich. Heißliches Team eliminiert. Da ist sogar schon einer. Verteil dich den Sprengkopf. Runde beginnt. Ja, die haben noch. Ein Red Team. Ja, ein Red, ein Yellow, ein Fire. Ja. Die haben gar keine... Der hat mich durch die Dings geholt. Brof, hinter dir. Der ist durch den Bus, Brof. Was? Was? Heiß. Oh, fresh gegen das ganze Team. So fresh, ne? Jetzt sehen wir mal, was du kannst. 4 Kills musst du jetzt, ne? Das, was du die ganze Zeit willst. What the heck, so tau. Ah, ich bin nie auf Desktop. Nr. 1 war's. Ja, da musst du so viel gefassen haben von mir. Ja, ich hab'n leider nicht gefassen. Ja, ich hab'n leider nicht gefassen. Sprengkopf gesichert. Sprengkopf. 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 Ja, ich wusste ja, Komponent. Ja, so schreckt irgendwie auch nicht drin. Aber was für immer. Bringt den Sprengkopf zu unserem Stützpunkt zurück. Runde beginnt. Da gehen wir in Mitte. Was anderes gibt's hier nicht als Millic. Bringt ihn zum Stützpunkt zurück. Ey, wie die alle schon hin beim Spawn waren. Was, ey krass. Zwei Lauf nach hinten. Granat nun mit Ohren. Ist klar, weißt du. Kannst mich holen. Versteck dich. Feindliches Team eliminiert. Runde erfolgreich. Erobert den feindlichen Sprengkopf und bringt ihn zu unserem Stützpunkt zurück. Runde beginnt. Das hat er aber gewusst. Ah, von oben. Keine Schmerz. 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 Pferde Eisleiner. Pass auf. Da links oben. Beim Gelände. Das ist nur noch der Schütze. Da läuft er. Eine Mine. Boah. Der ist bei der Bombe. Geht zur Kleintreppe. Ey. Ernsthaft? Bist'n verreckt. Lars warte. Ich hab's aufgenommen. Du kannst das Video sehen, wie ich ihn getroffen habe. Fuck ey, ich bin richtig angeschlagen. Er ist im Spawn bei denen. Er geht jetzt rein, oder? Ich sehe nichts. Ich bin geflasht. Ah, ne ey. Wir führten 4-1, ey. Die lässt doch alle aufreiben. Er hat einfach alle von uns gekillt. Ja, anstatt einfach geschlossen drauf zu gehen. Ja, ich war ja... Ich konnte Prof aber nicht retzen. Und dann hab ich gemerkt, dass er runterkommt. Wir gewinnen die Runde. Falls nicht das Team eliminiert. Ich hab auch vorbeigeballert am Anfang. Er obert den haltigen Sprengkopf und bringt ihn zu unserem Stützpunkt zurück. Auf meine Mitte. Runde beginnt. Im Gang ist jemand. Hast du ihn? Nein. Ah, ne. Weiß mal eine Granate rein. Pass lieber auf den grünen Gang auf. Okay, jetzt weg. Du wirst dich gleich abgeknackt. Hab einfach gekillt. Bleibt hoch. Große Treppe unten, Alter. Der läuft Richtung Bus. Können wir machen. Alle gehen ein. Passt alle. Ah, komm. Der soll sich doch verpissen. Wo ist denn der? Autoschrotz. Wo war der eben? Irgendwo. Feindliches Team eliminiert. Die Runde geht an uns. Schöne Runde. Kurz eine rauchen. Die Runde geht an uns! Die Runde geht an uns. Von Schöne Runde geht an uns. Die Runde geht an uns. Wie ist denn auch die Runde. Die Runde geht an uns. Der ist ein gutes Grund. Untertitelung des ZDF, 2020